Die Faemina von Faema haben wir gerade auf dem Tisch und ausgepackt und konnten schon den ersten Espresso von der Maschine trinken. Die verspricht verdammt viel. Wir haben einen Dual Boiler mit einmal 0,6 Liter Boiler vorne, direkt in der Brühgruppe, wie wir das von der großen Gastro-Maschine von Faema gewohnt sind. Wir haben einen 2,6 Liter Dampfboiler. Da muss dann schon Wumms rauskommen und wir haben unglaublich viele Einstellmöglichkeiten über die App. Wir können Filterkaffee brühen. Wir haben auch Platz für Filterkaffee mit dem nötigen Equipment von Kintu. Passt das auch wunderbar darunter und waren gerade etwas erstaunt, weil die Maschine bereits nach 5 Minuten uns schon angezeigt hat, dass sie heiß ist, wo sie dann temperaturmäßig liegt, was sie dann alles kann, das kommt im ausführlichen Test in ein paar Wochen.